Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN-Unterhaltung. David Beckham vergeigt den Einsatz. Viele sehen in David Beckham immer noch eine coole Socke. Seine Tochter Harper aber blickt ihn zweifelsohne mit anderen Augen an. Für sie ist ihr berühmter Vater hin und wieder wohl einfach nur peinlich. So jetzt auch bei einem gemeinsamen Ausflug zum Konzert von The Weeknd. David Beckham hat am Wochenende gemeinsam mit seiner elfjährigen Tochter Harper ein Konzert von The Weeknd in Miami besucht. Auf seiner Instagram-Seite postete der ehemalige Fußballstar einige Videos, die ihn bei dem Ereignis zeigen und die Harper offensichtlich selbst gefilmt hatte. Dabei kommt der 47-Jährige allerdings nicht wirklich gut weg. So hat David Beckham mit den richtigen Einsätzen ein paar Probleme, als er sich zur Musik von The Weeknd an einer Gesangs- und Tanzeinlage versucht. Peinlicher Dartmoment, schreibt er mit einer gehörigen Portion Selbstironie zu dem Post, das Timing war ein bisschen daneben, aber wir haben es am Ende geschafft und ich habe Harper zum Lachen gebracht. Für ein weiteres Video griff dann offenbar der Ex-Fußballer selbst zum Smartphone. Es zeigt Harper, die aus voller Inbrunst einen The Weeknd-Song mitsingt. Dazu schreibt der stolze Papa, ich weiß, ich habe schon ein Video von unserem kleinen Mädchen gepostet, aber sie macht sich gerade über den Papa-Tanz lustig und das ist so süß, dass ich nochmal eins zeigen muss. Hey guys, this is Gansham. Dann subscribe our channel and press the bell icon and like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.